so moin moin und willkommen zurück weitere folge von hi on live ja den ersten boss nein tork haben wir besiegt und jetzt gehen wir mal zu mr keeps um unsere ausrüstung ein bisschen auf vordermann zu bringen weiß noch wo da war da oben hier längs gehen ok ein bisschen kohle haben wir ja auch ich weiß nicht was wir auslösen müssen bei ihm was der was das kostet bei ihm müssen wir gleich mal gucken so teuer kann es ja nicht sein ein bisschen leer die straßen hier ein bisschen mehr trugel sein können das wäre schon cooler gewesen aber naja so ist wo er das haben wir warum okay also müssen wir suchen ja okay wo ist sie wirklich kann hier aussehen da ist sie aah guck mal die können wir kaufen für tausend das haben wir ja ausweicheinheit versteh den drücke in der bewegung b um eine kurze ausweich in richtung okay die kann man die ganze zeit benutzen kann ich irgendwo sehen wo die sich auflädt okay man kann so zwei dreimal das machen wenn man springen in eine bewegung b um in der luft auszuweichen da können wir auch ein bisschen weiter springen vielleicht damit auch ne gehen wir wieder nach hause war das schon cool um was er uns sagen kann darüber okay great you got the dodge unit so how about it think you're ready for the big leagues kid what do you mean the big league the g3 cartel that's the next step taking down their head offices okay you're positive that we're ready for that yeah whatever might might as well try but they won't be pushovers like nine torg so uh well to be honest i don't care if you live or die you know that you know my whole deal but hey it's your funeral so go check out the bounty 5000 whenever you're ready hm oh direkt mal krubus and douglas you can pick which one you want to let kill you first wenn wir erst killen killen wir den den eierkopf genau haben wir den erst den douglas als erstes wow wow diesen portal kann man direkt hin beam irgendwo hin oder was wollen wir direkt jetzt hin zu denen das wäre natürlich auch nicht schlecht mal sehen da ist doch irgendwas hier so ein blaues muss irgendwo so ein ding sein ne da 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 das ist mitnimm nehm da das ist mitnimm nehm oh ja du kriegst schon so einen scheiß helm vielleicht ja nicht ok geh nach oldtown darüber zu leiden und einen coolen ding ja die g3 don't officially run things out here but well unofficially ja die 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 run things out here and with an iron fist ist da oben irgendwas womit wir uns ranzleiden können ok noch können wir da nichts machen ein bisschen warten finden wir noch eine zusatz sache womit wir besser springen können warte warte Wollen wir relativ schnell einsammeln, weil die dann in der Erde verschwinden, ist mir gerade aufgefallen. Ja, komm raus da. Ich weiß, dass das Grüne ist, aber das Grüne ist toxisch und wird dir schützt, also nicht in die Erde zu gehen. Ich weiß, was die Ableibung ist. Ich weiß, was die Ableibung ist. Ich weiß, was die Ableibung ist. Peace out, motherfucker! Ja, das ist wahrscheinlich viel Spaß für dich, aber ich bin auf viele Aventure und ich kann dir sagen, dass das ziemlich lame ist. Also, lass uns auf die gute Sachen gehen, okay? Okay, okay. Alright, ich kann die alten Stadt sehen. Es ist gerade über diese Brücke. Aber hier ist noch eine Box. Okay, irgendwo. Hier drin oder da oben? Da oben drauf wahrscheinlich, ja? Oh, wie kommen wir da hin? Komm ich gar nicht oben rauf. Ah, ist da oben. Wie die reden, Alter? Das ist solch ein Highlight. Oder unter der Erde, aber... Komm ich jetzt nicht hin. Gut, da oben ist aber eine Box. Ha! Ah, und wir dahin? Über das Kabel da wahrscheinlich, warte mal. Ich schlitzel mir auf. Bam! Da oben auch irgendwas? Ne, wahrscheinlich nicht. Gut. Okay, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Okay. Okay, dipshit. Dippshit. Hätt ich jetzt. Hey, fuck you. Hey, what's your big deal, you? Hey, what's your big deal, you? Die Frage, wo wir hin müssen. Hey, you're the three brothers, we're pissed. You know, we're getting fucking angry, we're, we're, we're hot-headed over here. We don't like this shit. We don't like when somebody walks in and stomps all over our fucking, uh, guard. Hey, 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 easy, 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 easy. Hey, what the hell are you doing? Hey, what's your big deal, you? Oh, get out of here! Oh, hey, idiot, nice jumpin'! Holy shit, those guys are intense. You know, you could've killed them, right? I would've been fine with that, I think. You're Drone 4! Oh, wow, look at that big shot platform and all over the place, like some fuck guy! Oh, look at that fucking asshole, what did you do? I'm trying not to slip and fall into that bottom of the pit, you fucking asshole! Okay, yeah, I, 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 I'm, I'm, I can help with this. Warte? Vielleicht? Puh, alright, we're here, we made it! Oh, den kann ich von hier nicht treffen? Okay, bringt es mir was so? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt können wir da durch! Lassen wir mal. Wow! Oh, wie kommt er da hin? Ist da irgendwo ein Trick noch? Nee. Nee, da gibt es keinen Trick. Okay. Also, gut, gut, aber irgendwann mal noch eine Kiste bekommen. Immerhin. Ich glaube, wir können diesen Weg auch laufen, oder? Weil das ist ja der Weg, wo wir gerade eben längst geflogen sind, oder bin ich verkehrt? Naja, egal. So, lass mal zur Old Town rein. Old, Old Town. Okay. Ach, passiert ja nichts. Hey, you whippersnappers look in the game to Old Town? Hey, we- Hey, we- How did their partner walk in the Old Town? They call me old wet-grundy. How can I help you? Oh, nennt man dich. Weißt du, wo Douglas ist? Hey, do you happen to know, where we can find a, a, a guy named Douglas? Douglas? The, 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 the G3 fella? Oh, ho, ho, wee. He's a rough one. Never seen somebody drink as much as him. Why, just last night, it- Nope, I, I shouldn't speak out of turn. The G3 don't like that none, and I don't like them. Just head down to Dreg Town. I'm sure you'll find them. And how do we get to Dreg Town? It's, it's, it's been a little bit for me. Oh, that's easy. You just go through this gate, poppin' the Old Town and shoot straight down the Mainstrip. You can't miss the big Dreg Town entrance. It's a real goddamn assore. Wish they'd get rid of it. I'll open the gate for you. Oh, well, thanks, Grundy. That's all, Grundy. And of course, open the gates my whole job. It's why I'm here. Geht auch sofort, ich will auch mal kurz was gucken. Ich will niemals lieben dich. Ich will mal kurz was sehen, ne? Huch. Abgekackt, das Spiel. Oh, was ist hier passiert? Okay. Komm ich nicht rein? Ah, hier, warte. Okay. Aber da geht's. Hier, hier hakt er ganz schön, wa? Warum? Strom, Strom, Strom. Muss wahrscheinlich irgendwie die Stromzufuhr kappen. Da unten. Ich weiß nicht, ob ich da schon was machen kann. Aber ich probiere es einfach mal. Warte mal. Ne, kann ich nichts machen. Okay, jetzt bin ich mit dem ganzen Weg hier wieder. Haube ich da auch wieder hoch. Irgendwie. Mit meinem coolen. Wahrscheinlich nicht. Ich muss den ganzen Weg noch mal durchgehen jetzt hier. Okay. So weit war es jetzt ja auch nicht, ne? Hm. Okay, ich dachte, ich müsste aber mit dem Stromfuson bestimmt irgendwie ausstellen. Gibt es bestimmt nachher einen Move, den man dann machen kann. Gut, gehen wir jetzt mal hier in Old Town rein. Okay, ich habe jetzt gleich noch einen Krieg angefangen. Das Schild zerstört ein bisschen. Okay, jetzt sind wir jetzt gleich noch eine Aufruhr. Das ist wirklich ein eigener Weg. Ich bin ein schönes Weg. Es ist, uh, was sie dann erwähnt? Es ist, es ist... Es ist ein diverser. Ich habe ein diverserатlet. Es ist ein diverser Weg. Hier in der Spiel. Dann wissen Sie? Hier in der ganzen Weg. Das ist ein All-The-Wes-Shoot-Out! Who would've fucking thought of, you fucking bitch? You fucking stupid bitch, I'm sorry. You know, listen, this is an All-The-Wes-Shoot-Out, it's cool. Okay. Drag Town's past here. I just stand around and tell people that. Hey, sorry, excuse me. I'm just curious, is there a fella named Douglas down there? Uh, yeah, this is Job. I want to be the one who takes down the end. Okay, as you can see, is there definitely a Douglas down there. That's the problem is just... I have to... I don't 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 have to... Hey, uh, don't forget to use my Globshot, you know? Oh my God. Hey, stay, where I can see you. Hey, stay, where I can see you. Ich glaube, irgendwas muss ja hier sein. Okay, es war vielleicht zuviel. Okay, wir wollen runtergehen. Okay, es ist ein bisschen viel gerade. Okay. 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 Time out! Time out! Ich habe einfach eine weile, mysteriöse Gefühl, dass es wahrscheinlich ein paar G3 gibt, die Probleme haben. Du weißt, irgendwo in der Stadt. Wir sollten vielleicht mit dem dealen. Wir brauchen eine Verkleidung, um da reinzukommen. Na gut, wir haben jetzt hier alles schon gemacht, jetzt können wir mal Old Town betreten. Beziehungsweise haben wir ja, aber jetzt können wir noch mal runter gehen. Haben alles hier draußen gekillt, was es zu killen gibt eigentlich. Da ist auch noch einer. Mal erwischt. So, ne? Alter, wo kommt der in die Bombe her, da oben? Du Affe, dich hol ich mir da oben runter. Ich bin Ligame, das ist mein Ding, das ist meine Reputation. Ich bin der Mann, der schützt Ligame. Uff, mehr drunk recruiter. Okay. 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 Und das ist mein Ding. Ja, aber wohin soll ich den Love Shot schießen, den er da haben machen will? Ich weiß gar nicht, hier sehe ich keinen bestimmten Bereich. Na egal, wir gehen jetzt mal da rein. Wo wir draußen weiter rum flimsen, muss ja auch nicht sein. Sonst wie kommen wir da rein ist die Frage, ne? Willst du was bezahlen? Hey, ich kann nicht jemanden in jetzt. Es gibt zu viele Rekruten, die in der Stadt Probleme haben. Ich werde in Träume, wenn das passiert. Also, ich werde die Garten lockt, bis sie stoppen oder getötet werden. Wink, wink. Bist du uns zu töten? Wow, ich habe das nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wink, wink. Und okay, ja, das ist was ich meine. Also, geh, killen und ich lasse dich durch. Okay, dann müssen wir die West Side aufräumen, okay. Müssen ja noch ein paar rumlaufen. Gehen wir mal in diese Richtung. Okay, da sind noch welche. Hey, Honcho, lasst uns diese Stadt abziehen. Au! Oh! Oh! Pass her, den Streckdorf! All right, looks like things have quieted down a little bit, you know, thanks to us. Weißt du? Wir sind ziemlich ein Team. Anyway, uh, 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 let's poke our way into Dreg Town now. Let's go to Dreg Town. Wie komm ich da rauf? Ah, okay, jetzt weiß ich wieder. Ja, okay, so vielleicht nicht. Mach auch nach oben? Bin sie? Ne, schade. Hm. Die Frage, wie man da hochkommt, ne? Schade, ich dachte, ich kann da so ein bisschen hochjumpen. So geht's auch nicht. Ich möchte auch jetzt nicht runterfallen und sterben, nur wegen dem Scheiß, ja? Hm, okay. Scheiß drauf, dann lassen wir den da oben hängen. Ich frage mal, wer ihr seid? Oh Mann. Die Fresse, wir machen's jetzt. So. You did it! The town's all cleaned up. I'm very rude of you to just breathe past me like that. But I get it, I'm just a gate guard. Who cares? You heading down to Dreg Town? It's way cooler than old town. Ain't you in rush by? Können wir über alle reden jetzt hier? Aber wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren hier. Okay. Push it! Mal sehen, wie's da unten ist. Are you looking for glory? Then join the G3 car channel. My name's Douglas. The G3 chief of training and torture. Ignore that second bit for this ad. This one's just about the training. Well, goddamn. There, there's Douglas right there. That's how you know we're in the right spot. Douglas again. This ad is about the torture. The last one was about joining the G3. But this one is about... Okay, we come herein. The mothers against violence. Hey, I'm selling shit. We're not gonna have to worry about any trouble. Wow. So this is what a G3 run city looks like. So, like I was saying. My brother told me that Douglas is really in torture. I'm sexually abused. They look like you. 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 I love mothers against violence. I'm their biggest fan. Before they showed up, everyone here was just killing each other all the time. But now it's nice and normal. My dream is to marry one of the mothers. The cutest one. Hey, watch out! My feet hurt! You just think? You have to walk over to me, Douglas. Your own personal space. Can you believe they build all that? At the bottom of an asteroid? I mean, I'm not gonna lie, it's a good place to hide out, I mean, but yeah. Ah, guck mal. Wow, look at that, look at that! They're fuckin' dealing with some kreebles over there, dumb fucks. Oh, guck mal hier. Nice! Noch einer da drüben? Ah, da hinten irgendwo, ne? Mal kurz, wo ich den nochmal finde hier, obwohl hier sind so viele zu. Wahrscheinlich da drin irgendwo. Na gut, gehen wir erstmal zurück. Machen wir erstmal unseren Plan fertig. Alter! Schießend auf mich. Okay, well don't shoot the hookbug, that's probably some of the pets. You're hiding? Seriously? Ah, yikes! Oh, shit! 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 Oh, yeah, no, you're gonna kill me. Oh, good. You're going to keep heard of me dies in your eyes! See? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh! Oh! Okay, sammle Kristalle von den Warpantrieben bei den Warpbasen. Ja, die meint er wahrscheinlich, ne? Aber die haben wir ja schon gesammelt. Ja, die meint er aber nicht. Meint er denn? Bei den Warpantrieben bei Warpbasen, was ist denn eine Warpbasen? Hm, ich hab keine Ahnung. Geh erst mal hier rein. Wir treten, Gedenkstätte für Thomas Michael Phillips Senior. Wow, eine echte G3-Trainingsfacility. Vielleicht macht Douglas das Training in person. Ich gehe aber in die falsche Richtung. Ich werde ihn foltern, weil er sagt, ich tue es einfach gern. Okay. Okay, und wo kriegen wir den Schleim denn her? Ja. Oh, ein Schleim herbekommen. Hey, hey. Du kannst mir vertrauen. Er ist gut. Ich bin vertrautig. Ich versuche es. Hey, Ada. Danke, dass du hierher gekommen bist. Ich bin der G3-Trainingsfacility. Du willst uns in die G3-Facilitäten schlafen? Ja, ich muss mit G3-Trainingsfacility getrennt werden. Das ist nur so, wie es geht. Meine Arbeit ist Qualität. Also, ja, ja, ja. Du willst etwas G3, oder? Okay. Gib uns Schleim. Äh, du weißt was? Ja. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ja, wir gehen. Perfekt. Geh in die Alley. Lass die Magie passieren. Ich glaube. Nichts. Nichts. Ich bin der G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3-G3 oh looky here we got another gooped up g3 recruit are you fucking kidding me they have some whole thing prepared shut the fuck up it's starting welcome 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 i'm sure you already know who i am but for anyone living under a rock i'm douglas g3 chief of training and torture and wouldn't you know it i like to blur those lines a little training torture what's the difference i say look to your left now look to your right both of those people are gonna die today you are about to jump right into an accurate warp based simulation of what it'll look like to be on the real battlefield and let me tell you you're probably gonna die but hey if you don't you get to join the g3 big whoop all right that's that's it lock and load fuckers oh my god is that you saw that right that was a gatling douglas has a gatling we we gotta rescue her jesus these fucking merkeloids what the fuck here we go i hope it's not too difficult oh are you fucking kidding me more wo sitzen da ne kleine schleismo i seriously da wo sitzen da ne kleine schleima ja wo sitzen da ne kleine schleimer hier Okay, well shit, we killed all the other recruits. Does that mean we win? Ah, diese blöden Erdwürmer, die nerven mich am meisten. Okay, okay, you beat all the weak guys. Easy, really easy. Let's go to the obstacle, okay? Okay, wo sind jetzt denn hier? Ah, okay, you know what? It looks like some simple platforming, you know, like what you'd see in, like, Lucky's Tale, on, uh, you know, or, um, you know, that one, uh, that one game that we, that we all know and love, Mario Land, or whatever. Okay, I'm jumping around, I don't know. Shit, this must be the beginner course, come on. I'm jumping, I'm jumping, I'm jumping, ah! Okay. Jetzt fängt da unten an. Okay, let's just get this over with, please. Oh, fuck it, get that fucking jump. Goddamn. That was a little, that, that, we, we made it. That was a little tough, though. Oh, nice, this video. So you made it past the first training exercise. Big deal. That one was easy. We lied and said it was hard to scare you. Oh, it's fun to freak you out, to fuck with your heads. Now get ready for exercise two. It starts at one hour. That's right, you have to wait a full hour. We're testing your resolve. So just stand there patiently and wait. Then this door will open and you can continue. Thank you. Okay, there's no way we're waiting a full hour. Okay, thank God. Okay, let's ditch this whole recruiting bullshit thing. Hm. Hm, here links? Klar, we're not so'n Viech. Oh, shit, okay. Well, there goes that bootlegged goop. I guess that didn't last for very long. Hey, calm down. We don't need to shoot everybody. Hello. Thank God you're here. My name is Dr. Juppy. Douglas kidnapped my whole family and I'm trying to sneak in and save them. But I just can't get through these pipes in the next room. Oh my God, I'm freaking out. Hey, whoa, whoa, listen, little guy. We're trying to find Douglas too. You know, maybe we can help each other. God, I'm so worried. I'm gonna throw up. You really help me? Oh, gee, I'm so grateful. Follow me. Hey. Hey, don't worry. This is a classic textbook puzzle situation. I think me and my bounty hunter partner can figure this one out. Don't even worry. Oh, how wondrous. I'm forever in your death. I don't know how I can ever... Okay. Das ist schon ein bisschen easy gewesen gerade. Jetzt vielleicht noch... Wow, you did it. You got the door open. Listen, I'll never forget this. You're my personal hero. Oh, come on. You're too kind. It was easy. Oh, did you say you're heading to find Douglas too? His office is that big building up on top of Dragtown. But there's a zip line just passed here that'll take you right to him. Huh? Well, alright then. I hope the guy gets his family back. Okay. Sollen wir mit der Seilbahn fahren? Aber welche ist denn die richtige? Ah, okay. Alright, Douglas. Here we come. That was the hardest part behind us. This is basically done. We finish this shit. We are fully outfucked. What is this? Congratulations to all of you worms who made it this far in your training. It has never been to the revising test. We have 43 people. The last ones standing get to join the G3. No rules, just killing. Good right for the deals. God damn it. Another fucking thing with this? Holy shit. Just kill them all. Good job. Congratulations, recruit. Now, uh, I don't know. Fight some more guys. Nice. Haha. Ha, ha, ha. Another wave! No problem. Oh!!! Ooh! Oh! I can do this all day, let's do this all day! Let's try it Okay That fucking hurts Wait, 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 wait Let's use my glove shot Don't get it Oh, right here fucking titties, I think Come on, come on, I'm getting ya! Where'd you go, asshole? You're a loser! You're weak! You'll never beat me! You're a loser! You're weak! You'll never beat me! so noch mehr Okay. Alter, die dreht doch ein bisschen durch hier. Alter, die dreht doch ein bisschen durch. Wer kommt denn da noch? Okay. Herzlichen Glückwunsch an den G3 oder was auch immer. Ich kann wirklich... Jetzt haben wir den Kristall mal gesammelt. Jetzt reporten Sie an Ihrem Kommandante und wir senden Sie auf die Dive-Fighting für uns, auf welcher dummer Planeten wir entscheiden. Bis zum nächsten Mal. Gut, den haben wir eingesammelt. Ich weiß nicht, wie viel es noch gab davon. Können wir hier durchgehen. So, wo sollen wir jetzt hin? Ja, hoch, okay. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Jetzt haben wir das Fablier. Wieso müssen wir noch Douglas finden? Ah. Okay, jetzt gibt's Neues Rätsel. Ich bin so glücklich, dass wir uns in den anderen rennen. Oh, schau, das ist unser altes Freund. Das ist unser altes Freund, Dr. Jupy. Was hast du darüber gesprochen? Wie geht's? So. Der geht da runter, dann geht er da hoch, dann geht er hoch. Dann kommt er da hin. Okay, wir sehen, was wir tun können. Geht er da oben rein, dann geht er hier längs. Dann geht er da hin. Dann geht er da durch, durch das Blaue durch. Durch den Blauen, dann ist er da hinten. Dann geht's da geradeaus durch. Dann geht's da durch. Dann müsste er eigentlich da hinten reinkommen, oder? Dann bin ich verkehrt. So. Jetzt flutscht er da oben rein, dann geht er da durch. Da hin, hin durch das Blaue. Hinten durch und dann ist er da unten. Oh, Plimmy und die Kinder sind wahrscheinlich so Angst, ohne mich. Ich hoffe, Douglas wird sie nicht jetzt torturen. Aber er muss hier rauskommen wahrscheinlich, ne? Das heißt... So. 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 Die Kostüme, einfach nur ein Highlight von denen. Oh. Oh, he's dead. Ah, nobody's gonna miss you. Don't forget about Knifee. Whip out Knifee. You look so good, son. Let's get ready for supper, dear. Warst du schon? Anscheinend. Okay, wir sind da rüber. Aber dann müssen wir hier oben längs, ne? Einen Weg gibt's ja gar nicht. Ich glaube, wir sind auch nicht schlecht, ne? Wir haben die Kohle. Da rüber, aber wie kommen wir da? Das Ding ist ein bisschen gefährlicher, was er längs flandet, ne? Ich kann mich ja auch nicht ranhängen oder so. Das muss oben längs, irgendwie. Muss der Rauch springen? Ich versuch's mal. Das funktioniert nicht. Okay, okay, das funktioniert nicht. Aber irgendwie hätte ich gedacht, dass man das trotzdem machen kann, da. Er ist schnell, aber auch nicht schnell genug, eigentlich, ne? Warte mal. Oh, okay, das war zu flott. Voll gegen. Oh, scheiße. Das ist natürlich nicht gut, wenn man ganz stirbt. Ich dachte, das kann ich jetzt ein paar Mal probieren. Kann ich nicht. Okay. Aber den kriegen wir auch nicht. Wir müssen das Ding anhalten, aber es kommt bestimmt nirgendwas, womit wir das schaffen können. Ach Mist, wir müssen das ganz normal machen. Oh, shit, hier we go. Hey, uh, don't forget to use my Glob Shot, you know? Oh, shit, hier we go. Ah, jetzt seh ich das. Ihr könnt das Ding benutzen. Okay, das war dumm. Und der Seite bleibt. Perfekt. Voll. Wee, okay. Schau! We got this! It's just like our training! Ha ha! Oh! It's a good way to prepare the video. I'll prepare the video. No! 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 Oh! No! Okay, das war ein bisschen viel, da muss man doch vielleicht ein bisschen in Deckung gehen, damit man nicht ganz so drauf losballert. Warten wir mal ab. So. Okay, dann haben wir hier drüben. Fangen wir hier oben an. Okay. 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 I really want you to use my glove shot. Ah, ich wollte gerade in Deckung gehen. Gerade wollte ich in Deckung gehen. Wackeln die ja hier mit dem Arsch von mir? Doch schon, ne? Oh! Oh! Das war's für heute. Okay. Ein bisschen mit Schutz spielen jetzt mal hier, sind wir gleich wieder drauf. Alter, dann hauen wir mal schon ein ganz gutes Schutzschild runter, ne? Oh. Ah, der kleine Wichser da. So. 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 Okay. So. Was ist das denn hier für ein Auto? Kann ich was rausholen? Ne. So, wo müssen wir hin? Uh. Wir müssen mit der Seilbahn fahren. Okay. Okay. Ah, ganz schön viele Leute hier, die man killen muss. Also grad nicht, grad wenige, ne? Okay. Okay. Da. Da ist er wieder. Ach du Scheiße. Guck dir das mal an. Okay. Das ist es. Douglas ist direkt neben dieser Tür. Kannst du mir helfen? Eine letzte Mal. Ja. Let's do this. Oh. Huzzah. Plimmi. Rufi. Sloopi. Okay. Wir müssen mal kurz gucken. Überblick verschaffen. Er muss da durch. Das leuchtet alles. Dann geht's hier in das Rohr, was natürlich dumm ist. Da soll er da nicht hin. Oh, du bist so gut an diesen. Ich wünschte, ich wäre so gut an diesen als du. Sie sind wirklich gut. Warst du in die Publikum? Okay. Da geht's ins Rohr rein, wo es irgendwie gar nicht nirgendwo hingehen soll. Warte mal. Ach, warte. Den können wir auch ändern. Okay. Den können wir auch ändern. Okay. Pass auf. Geht da durch. Dann geht's hier durch. Hier geht das Rohr längs. Da geht's rüber. Dann geht's hier rein in das Rohr. Dann geht's auch wieder da runter. Macht nichts für uns. Warte mal. Da längs vielleicht. Sehr gut. Schon mal in der Mitte auf jeden Fall. Ich werde mich töten. Ich werde mich töten. Ich bin in der Nachricht. Ich bin in der Nachricht. Ich bin in der Nachricht. Ich bin in der Mitte. Du kannst es machen. Okay. Da können wir nichts ändern. Dann geht's einfach hoch. Aber den können wir ändern. Dann geht's hoch. Dann geht's hoch. Den schicken wir da rüber. Dann geht's da rein. Dann geht's hoch. Dann geht's hoch. Dann geht's hoch. Hä? Warte mal. So. Und da hört's auf einmal auf. Das Rohr geht da längs. Und dann kommt er hier raus. Aber er soll hier rauskommen. Okay. Das war okay. Wusste ich natürlich nicht. Ich hätte mich nicht erschießen können. Es ist kein Dr. Juppie. Es ist kein Dr. Juppie. Bist du schockt? Du Idiot. Du verdammt. Du verdammt. Du verdammt. Oh. Ziemlich cool. Ziemlich cool war das. Douglas. Es war schon da. Wo sich zu geben. Gebe ich zu. War ziemlich cool gemacht. Ha. Hallo. Es ist immer so geil. Es ist perfekt. Wir sind hier zu töten. Wir sind hier zu töten. Wir sind zu töten. Wir sind zu töten. Wollen wir? Wir leben. Schuss voll um die Sonntagung weg Es ist ziemlich verdammt, dass du uns so gemacht hast Also, du hast mit dem G3, wir beide sind verdammt Das war's für heute. Oh. Oh, fuck. Der Hardcore-Schuss, der ist echt blöd. Der Hardcore-Schuss. 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 Das war's für heute. Wie hast du mich geschafft? Wir haben es geschafft! Wow! Ja, ein bisschen härter der Kampf. Wir werden jetzt mal schön die Belohnung rausholen. Oh nein, das fühlte gut. Wir hatten ein paar sehr schönes Fisch. Es war eigentlich sehr schön. Wir haben Sweezy bekommen. Okay, wo ist der Ventilator? Welche Ecke meint? Ja, okay. Ah, okay. Das ist ziemlich cool, ja. Das ist schon ziemlich cool, das Ding. Naja, können wir auch anderen Shootern auch. Ist nichts Neues, ne? Aber trotzdem in Zukunft. Das ist gut. So, haben wir noch schon einen hier? Ja, wir müssen noch mal ein paar Tage machen. Das ist nicht so richtig, ich bin so schnell. Und du bist sehr nervös. Ja, ich bin so schnell. 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 Okay, das ist weg. Ja. You got that dipshit? Ja. Ah komm schon. Ah, ich kann ihn. Oh, ich will die. Oh, ich will die. Oh, ich will die. Well, das wird nicht funktioniert. Schau mal. Aimee an den Handische Kante und schrauben ihn nach dem Bord. Oh, da ist er. Okay. Ah, das kriegen wir hin. Ja, pass auf, wenn der Wagen kommt, machen wir den zeitgleich langsamer. Ziemlich cool. Okay, da kann man die Waffen ändern, okay. Müllsackbabys, furzt ne Windeln, okay. So, wir gehen mal zurück. Krass. Ja, auch schon wieder ein bisschen, ne. So, wir können auf jeden Fall immer unser Cola abholen hier. Oh, hey, eine andere Mädchen auf der Team. Gut. In der Wahrheit, ich meine es. Ich bin nicht so schnarky, das ist so schön, zu sehen. Was gucken wir denn da? Paul Walker, Denise Richards. Okay, gut. Machen wir auf dem nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.